So, wie schaut's aus mit Waffen? Hier, Feuerpfeil, ich brauche eine Feder. Feder kommt von Hühnchen und Hühnchen sind hier diese komischen kleinen blauen... Wow, kommt die denn her? Stimmt, wer hat links die Dinger gar nicht weggemacht? Die da und die da. Aber das ist okay, das sind alles Erfahrungspunkte. Wir sollten nur schnell die Tür bauen... Schloss. Eisen. Eins, zwei, drei Schlösser. Türen. Schloss. Auch wenn ich lieber eine Eisentür hätte, aber das dauert noch bis wir die kriegen. Eins, zwei, drei Türen. So, wir hätten gerne eine Tür hier. Wir hätten gerne die Türen auf der Seite. Wir hätten gerne die Fackel da weg und dafür die Tür da hin. Ja. Ja, nimmt langsam vor, Mann. Weißt du, was wollt ihr da? Oh, wir brauchen noch neue Leitern. Wir haben aber auch keine Holz für Leitern. Immer dieselben Probleme. So, Portal ist weg. Kriegen sie ein neues? Wir sind bei 41 und wir haben bald wieder ein Lab-Lab. Also können wir ruhig mischen, verschwenden dadurch sein in unserem Mana. Also das da auch noch. So, doppelte Geschwindigkeit. Schöne Ressourcen einsammeln. Oh, schick. Weg, 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 weg. Noch ein Bogenschutzbuch. Was ist das für eine Heckmack hier da? So, du kriegst ein neues Portal, bitteschön. Nur für dich. Der kann abgebaut werden. Das hier kann alles zugemacht werden. Das kann aufgefüllt werden. Du kannst weg, du kannst abgebaut werden. Zu. 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 Ne, warte. Gleich ersetzen. Äh, ersetze Silber. Ersetze Silber. Ersetze... Eisenerz. Ersetze Silber. Obwohl, das müssen wir wirklich abhauen, wenn wir drunter kommen. So. Neues Portal. Das zu. Das zu. Bye-bye Schnecke. Was ist mit dir los? Du musst jetzt eigentlich die Schnecke töten durch. Turt setzen. Anscheinend haben sie dir irgendeinen Bug gefixt und jetzt geht das nicht mehr mit dem und Tiere töten durch. Blöcke rauflegen. Ja. Ich musste erst rauskriechen. Sehr komisch. So. Geschenk. Und das ist so eine komische Tunika. Achso. Das müssen wir neu machen. Okay. Klar. Die wollten nicht an dem... Du sollst hier nicht vorbeigehen. Steht. Vorbeigehen. Was ja auch richtig ist. Das ist unfair. Was machst du da? Der hat dir nichts getan. Der läuft nur hin und her den ganzen Tag. Äh. Na gut. Dann ist er halt weg. Unser Maskottchen. Unser treuer, blauer, puscheliges, was auch immer. Der kam schon. Gut. Setz die Tür dahin. Sammle das alles ein. Der kommt da ein Schild hin. Zack. So. Nimm, 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 nimm. Was brauchen wir noch? Haben wir inzwischen gegrilltes Fleisch? Haben wir inzwischen Kohle? Ja. Und Blätter und ganz, ganz viel Essen. Wir brauchen noch einen Tisch. Tisch da. Holz. Eins, zwei Tische. Da hin. So, Tisch. Tische können wir hier nicht positionieren. Ich hätte gerne eigentlich so einen richtigen Festsaal zum Essen. Hm. Aber das kommt später. Jetzt ist es erstmal praktikabel. Später sieht es toll aus. Irgendwo ist ein Hotel zugegangen. Irgendwo wo Zwerge sind? Äh. Wo sind unsere Zwerge? Schon zu Fuß nach Hause gegangen, okay. Dirt. Naja. Deko-Sache haben wir später. Tegbaum voranschreiten. Wir wollten zum Morgenstern. Dafür wollten wir ein Hühnchen töten. Reins. Aber jetzt kommen wir jetzt mit der Skelette von links richtig. Ne. Noch nichts. Okay. Okay. In einer Nacht- und Nebelaktion teleportieren sich unsere Zwerge. Zu keinem Hühnchen, denn hier ist keins. Ah, hier. Hier sind Hühnchen. Gut. Da hin. Und runter schießen auf das Hühnchen. Hühnchen. Äh. Nicht den doofen Hühnchen. Ja, der Jedi kann sich wehren. Hat allerdings keine Keule. Piu, 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 piu. So, weg mit dir. Hühnchen töten. Hühnchen. Nicht wahr? Was spottet ihr euch alle? Willst wieder in den Boden schießen, ne? Hier stehen jetzt... Genau, die drei Jungs tratschen. Werden dann allerdings auf dem Boden tacker. Das ist okay. Bringt das Hühnchen um. Okay. Das klappt so nicht. Keule. 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 Bringt das doofen Hühnchen um. Du schießt mit... Genau, du hast keinen Bogen mehr. Du tust einfach nur so und trotzdem kommen noch Pfeile aus dir rausgeflogen. Genau. Töten. Keule. Drauf da. Low check. So, jetzt gib mir eine Feder, du doofes Ding. Du musst auch sterben und du auch und du auch und du auch. Wo wir gerade dabei sind. So, zwei Federn. Gut. Tod, tot. Und Holz. Holz brauchen wir auch hier im Endeffekt. Den lassen wir jetzt hier drin. Also so lange, bis wir anfangen, die Welt zu planieren. Deckbaum. Okay, also hier kommen wir gleich weiter. Wie schaut es hier oben aus beim Ton und Terrakotta? Wir brauchen einen Stuhl. Dafür brauchen wir drei Bretter. Wir haben nicht mehr besonders viele Bretter auf Vorrat. So, Stuhl. Stuhl platzieren. Können wir... Achso, wir müssen erstmal hergestellt werden. Und die Federn, die wir gerade bekommen haben, klaut der schon wieder? Geht ja mal gar nicht. Lager. So, Lager. Äh... Feuerpfeil. Brauch. Harz. Holz. Feder. Zehn Stück. Deckbaum sagt, wir dürfen dafür jetzt... Wo waren die Feuerpfeile? Da. Ein Schild mit Schädel bauen. Dafür brauchen wir allerdings Bretter. Dafür brauchen wir Holz. So. 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 Kein Holz mehr. Hm... Portal ist noch da. Die Leute sind noch mal einsammeln. Das fällen. Das fällen. Das fällen. Das fällen. Alles wegfällen. Doppelte Geschwindigkeit zum schnelleren Aufsammeln. Wo wollt ihr hin? Stopp. Lager. Wo ist mein Schild? Geh nicht weiter. Da. Geh nicht weiter. Wenn ihr was wollt, geht durch das Portal. So. Hier zwischen liegen bestimmt irgendwo Ressourcen oder so. Aber das ist nicht wichtig. Achso. Und du kannst mal sterben. Waa waa. Zu. So. Lass die Horde raus. Ton, 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 ton. So. Bye, bye. Ersetze vorne Schnee. Vorne Schnee. Vorne Schnee. Vorne Schnee. Vorne Schnee. Vorne Schnee. Werfschnee. Mach den doofen Baum weg. Schnee weg. Wurzeln weg. Alles weg. Zucht und Ordnung. So. Die Goblins könnten wir langsam versuchen. Eine halbe Stunde haben wir noch, bis die Welle kommt. Aber ich würde ungern den Zwerg wirklich verlieren. Das wäre... Wo ist der Schnee hin? Ich habe doch gesagt ersetzen. Nicht... Und warum fliegt der Baum in der Luft? Wir haben das Spiel wieder kaputt gemacht. Und da bitte setzen. Bitte keinen Zwerg eingraben. Sehr gut. Dankeschön. Baum weg. Und ihr braucht ein neues Portal, richtig? Richtig. Da. Was zur Hölle machst du da? Geh einfach nach Hause. Geh arbeiten. Oh, vielleicht versucht ihr da rein zu kommen. Ja, das könnte sogar einigermaßen Sinn machen. Okay, mach mal das da weg. Kontrolle übernehmen. Kontrolle übernehmen. So. So, so, so. Ich habe was vor, ich habe was vor. Keine Sorge. So. Viel besser. Geh weg da. Klopp. Ja, ein bisschen Grünzeug ist weg, aber es passt schon. So. Jetzt kann nämlich kein Grünzeug mehr wachsen. Und er ist da alleine in seiner kleinen Höhle. Wir holen da später jemanden raus, wenn wir Zeit haben. So. Also noch eine Quelle weniger, wo die Zwerge hinwollen, aber nicht können. Türen sind hier fertig. Hier sollte eine Tür hin. Du, entferne Fackel. Baum da weg. Ganzes Schnee sollte ich auch mal weg. Tonk, 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 tonk. Türen. Hat er gerade Eis gegessen? Oder war da wieder ein Busch drin? So, du nach außen. Okay. Warum liegt hier unten Fleisch auf dem Boden? Sehr kurios. Aber apropos Fleisch, das Essen müsste fertig sein. Das sollten wir mal auf den Tisch packen. Sonst kann das ja keiner essen, ne? Platzierer Essen. Zap, 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 zap. Gleich alles weggemuffelt. Ploing, ploing. So, Stuhl. Stühle passen hier hin. Bringt ihr auch irgendwas? Deko oder so? Stuhl. Komfort 2. Sehr gut. Techbaum, was sagst du? Du sagst uns, wir sollen eine Holzfalle bauen, dann sind wir auch schon gleich beim Scaffold. Sehr gut. Holzfalle. Brauchen wir gleich mal ein paar davon. So, Holzfalle, 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 Holzfalle. Ploing. Holzkäfig braucht's. Braucht schon wieder ein Seil und wir haben alle Seilen verbraucht, um die Rüstung herzustellen. Das ist wiederum nicht so schön. 20 Minuten noch bis zur nächsten Welle. Das, was hier unten keiner aufsammelt, finde ich sehr kurios. Mach mal weg, weg, weg. Zu köstlich. So. Und hier oben baue ich mal weiter. Portal. Da hin. Schnee weg. So. Ja. Erstmal ein Dreckhintergrund. Zap, 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 zap. Baustuhl. Ja. Sehr schön. Techbaum. Holzkäfig. Holzkäfig. Warum mag das sein? Okay. Schaf. Wir suchen ein... Kein Gorgorg. Kein wütenden Yeti. Hier ist kein Schaf. Hinter den Goblins, neben den Goblins, ist ein Schaf. Bei den Yetis ist ein Schaf. Hier sind ganz viele Schafe. Tötet Schaf, tötet Schaf und macht die ganzen Bäume weg. Hantumata. Fein. Hälfte fällt ins Meer. Ne, gut. Dann sammeln wir fleißig ein. Das sind ganz, 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 ganz viele Ressourcen hier. Da hätte ich ja schon fast gern den Imp-Zauber mit diesen kleinen Fliegedingern. Der war echt cool. Aber das dauert noch eine ganze Ecke, bis wir so weit sind. So, ich denke mal, wir haben jetzt schon das Seil im Lager. Besagt das Wolding. Jo. Eins, zwei Mal. Und jetzt hätten wir gern den Holz... Was? Holzkäfig? Holzkäfig. Seil. Holz. Holz ein. Werden wir auch platzieren müssen. Und den packen wir einfach hier vorne hin und gucken, ob das überhaupt irgendwas bringt. Das da bitte gleich wegmachen. Holzfalle. Und damit dürften wir jetzt endlich... Hä? Vergrößeren Unterschlupf. Okay. Damit dürften wir jetzt endlich Zugang zum Skaff-Hooling haben. Also zum Gerüst. Und das Gerüst ist super praktisch. Oh, der ist ja schon mal. Ich kann jetzt die Flach irgendwo hinpassen. Und das können wir hier nicht mehr.